auf meinem Kanal der TOPSTV. Heute möchte ich euch aus der großen Spielebibliothek von A bis Z die ersten 30 Minuten vorstellen von Assetto Corsa für die Xbox One auf der Xbox Series X und schauen wir mal gemeinsam rein, was es ist. Aber erst noch der kleine Cold Opener, dann geht's los. Bis gleich! So, da sind wir auch schon wieder und wollen die 30 Minuten genau jetzt starten mit Assetto Corsa für die Xbox One. Und dann schauen wir mal, was für ein Autorennen das ist. Vielleicht ist es ja was für euch. Vielleicht sagt ihr auch, es ist mir zu krass. Andere sagen, nee, das ist mir zu easy. Schauen wir mal rein. So, wir können ein Special Event, wir können fahren, Drive, Meisterschaften oder eine Karriere starten. Wir starten natürlich eine Karriere. Okay, aktuell Novi Series 1. Das ist N1 bestimmt. Dann checken wir mal ab. So, Zeitfahren, schnelles Rennen. Okay, ich glaube, wir fangen hier ganz von vorne an. Und Automatikgetriebe ist an. Automatische Kupplung an. Wir fahren ja. Ideallinie bleibt an. ABS an. Stabilitätskontrolle. Na, machen wir mal 80%. Reifenabnutzung an. Treibstoffverbrauch aus. Und so machen wir das mal. Wie gesagt, das hier ist ein Zeigen und kein Let's Play. Sondern einfach nur, was euch erwartet, wenn ihr das Spiel selber startet. Okay, Pitboxen, Setup, Durchgang, Neustart, Wiederholung verlassen. Wir machen fahren. Okay, Sicht umschalten. Oh, fast verbremst schon. Ja, erst mal vorsichtig rein testen. Wie gesagt, es sind ja viele Spiele, die man testet. Und da muss man sich in jedem irgendwie ein wenig rein fuchsen. Okay, das sieht mega lame aus, was ich hier mache. Okay. Ich glaube, so kann ich am Anfang die Kurve ein wenig besser einschätzen. Und hier bremst so eine Mauer nicht rein. Geben wieder Gas. Und Vollgas. Je nachdem, was man hier vollgasen hat. Checkpoint. Viel zu früh gebremst. Du musst es eine bessere Zeit hinkriegen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist ja alles nur ein Antesten. Und man muss sich ja auch zum Beispiel in den Kurven jetzt genau die Bremspunkte merken. Weil diese Ideallinie, die geht nicht mit, sondern die ist starr. Das heißt, sie passt sich halt bei deiner Geschwindigkeit nicht an, sondern ist nur ein Hinweis darauf, wo man bremsen sollte. Aber ist okay. Wir werden gucken, dass wir uns verbessern. Wir fahren mal zwei, drei Runden und dann gehen wir in die nächste Stufe. Ja, es sah langsam aus, aber so... Ich komme langsam an diesen Bremspunkt an. Wenn die Reifen anfangen zu quietschen in den Kurven, weiß man, dass man ungefähr am Limit ist. Aber es geht natürlich viel besser, das ist gar keine Frage. Und wir sind ja auf einem guten Weg, das rauszufinden. Dann schauen wir mal weiter. Einfach Gas geben. Manchmal reicht auch nur vom Gas zu gehen. Aber man hört schon viel mehr Will an den Kurven nicht beschleunigen. Die Runden muss ich dann absolvieren im Zeitfahrt-Training hier. So, jetzt gucken wir, ob wir uns einmal verbessert haben. Oh, natürlich nicht. Pitboxen. Was ist Pitboxen? Durchgang auslassen. Durchgang. Setup. Wir probieren einmal aus, was Pitboxen ist. Okay. Wie komme ich hier denn raus? Nein, gar nicht. Okay, Durchgang. Ähm... Durchgangsstatistik, Checkpoints, Bonus. Du hast Stufe 2 erreicht. Sehr schön. 2695 Punkte. Nein, ich hatte fast 3 sogar erreicht. Okay. Schauen wir noch einmal, was Durchgang ist. Oh ne, das war ja das. Und verlassen das. Bist du sicher? Ja. Einzenevents. Dreimal Bronzen. Eventstufe 1, 2, 3. Machen wir mal ein schnelles Rennen. Gegnerstufe machen wir schwer. Automatikgetriebe bleibt an. Ideallinie erstmal auch an. Und damit fahren wir weiter. Dann probieren wir mal ein Rennen. Huhu. Endlich. So. Jetzt geht's los. Pitboxen rein. Durchgang auslassen. Fahren. Nein. Kein richtig schlechter Start. Oh, der kommt aber gut durch. Da hab ich ja bald. Gar nicht dran. Oder damit gerechnet. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran. Oh shit. Nicht nervös werden, einfach dranbleiben, hoffen, dass wir es schaffen, irgendwie. Aber es ist ja kein einfaches Spiel. Es soll ja schon mehr simulationslastiger sein. Na, da habe ich schon verkackt. So komme ich da nie ran. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wäre so hier eigentlich eine Chance, da näher ranzukommen, wenn man da gut durchkommt. Aber die fahren zu gut. Ich hätte den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich noch niedriger setzen sollen. So, hoffe ich schaffe, dass er noch irgendwie... Ein wenig den Anschluss zu finden. Oh, Alter, guck mal, da ziehen sie so weg. Keine Chance mit meinem kleinen Flitzer hier. Oh, da wollte ich zu viel in der Kurve. Oh, ich sehe sie schon nicht mehr. Na, das war mega lame. Äh, puh. Ähm. Erstmal verlassen, ja. Wir machen mal die Gegner ein bisschen leichter. Aber was ist hier? Eins von fünf Einzel-Events. Das war doch richtig, ja. Da hätte ich mehr Zeit rausholen können. Hier probieren wir nochmal. Die machen wir... Mal in Mittel. Schauen wir uns das mal an. Die machen wir auf 70. Weil ein bisschen Spielraum haben wir noch. Der bricht ja nicht sofort aus. Die greift mir ein bisschen zu stark noch ein. Ich hätte sie wahrscheinlich noch ein bisschen weiter runter setzen können. Ähm. Setup. Was kommt... Boah. Ja. Hurra. Würde ich sagen. Was für eine Strecke waren wir jetzt? Keine Ahnung. Boah, Junge, Junge. Da geht es aber ab hier. Allgemein. Da habe ich keine Ahnung von. Ich versuche einfach mal zu fahren. Der Start war schon beschissener. So, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt mal ein bisschen den Anschluss halten können. Ah. Da kann man auch nicht wirklich ran. Wahrscheinlich gucke ich viel zu viel auf die Ideallinie und sollte die mal ausmachen. Muss ich da selber rantasten. Oh, Hupe gedrückt. Ich stand voll auf der Bremse auf jeden Fall. Trinktionskontrolle kann noch weiter runter gedreht werden. Die stoppt einfach zu viel. Ja, man hört schon. Die greift zu früh ein. Die ist so aggressiv. Normal müsste der... Man, was das Zeug hält. Ich hätte schon eher runterschalten können. Man hört es. Aber ich versuche diesen Durchgang irgendwie durchzuhalten. Dann drehen wir das gleich mal noch ein Stück runter. Mal schauen, ob wir da irgendwie uns dann ein wenig antasten können. So ein bisschen ausbrechen, da habe ich ja nichts dagegen. Aber wir sind da schon näher dran. 1,7. Okay. Wir verlassen das nochmal. Und gucken uns das nochmal genau an. So. Das war das. Mittel lassen wir. Automatik lassen wir. Was ist ein Blip? Okay. Ideallinie machen wir mal aus. Traktionskontrolle. Stabilitätskontrolle machen wir mal 40%. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Mit dieser Änderung. Mal schauen. Ob uns das überhaupt was gebracht hat. Kurz noch im Set, ob wir es gucken. Allgemein. Treibstoff, Bremskraft, Aerodynamik, Aufhängung, Elektronik. Können wir nur 1 oder 0. Lassen wir erstmal so. Mal gucken. Mal gucken. Oh, da habe ich mich zu sehr an den Gegner gangen. Ich wollte mit Absicht vermeiden, eine Kollusion zu verursachen. Aber er versucht schon mehr zu bohren. Gleich machen wir Traktionskontrolle mal ganz aus. Aber ich glaube, bei den kleinen Wagen hier ist das noch gar nicht so schlimm. Erst bei den PS-Monstern denke ich, da wird man dann da wohl mit arbeiten müssen. Trotzdem habe ich keine Chance. Aber es hört sich schon besser an. Er schaltet schon früher hoch. Und will schon mehr kämpfen. Der Kannst du thứ, glaube ich. Der Kannst du gut zusammen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollt schon fair fahren, so ist es nicht. An den Kurven verliere ich einfach. Ich lasse dich nicht vorbei, oder doch. Und ich war so relativ gut. Das RAM Konzept wollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich habe eine schöne Lücke geschaffen. Schön in den Windschatten rein. Und verkacken. Da war ich zu gierig. Da war ich zu gierig. Ich hab noch gern einen gehabt, schade. Naja, ein Platz haben wir gemacht. Äh, wieso Achter? Ich hab doch einen überholt. Hä? Okay. Oder sind nur die Rundenzeiten. Okay. Ich muss es so hinnehmen. Bist du sicher? Jupp. Okay. Dann versuchen wir hier mal. Kann wir nicht. Wir müssen das Rennen machen. So. Versuchen wir es noch einmal. so gucken noch mal kurz ins setup rein ob er das noch übernommen hat natürlich nicht so sollst du bleiben das bleibt auch treibstoff lassen wir 15 diesmal über hatte das ja auswahl so wo kann ich denn ok dann starten wir mal schauen ob wir diesmal heute einen platz hinbekommen ohne bums so und wir müssen schaffen so 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 Bis jetzt, wenn wir keinen Scheiß bauen. Ah, so leicht kommst du nicht an mir vorbei. Diesmal bleiben wir hartnäckig. Bis jetzt, bis jetzt. aber hey wir haben das erste mal einen platz gut gemacht wir sind nur noch siebter stadtletzter ist das nicht herausragend so wir haben es geschafft denn leider sind die 30 minuten auch schon rum ich hoffe ihr konntet einen kleinen einblick bekommen über dieses spiel es ist kein arcade lastige spiel sondern sehr simulations lastig von daher muss man sich schon ein wenig dort rein fuchsen und nicht mal eben doch ich zock mal eine runde wie bei need for speed oder so sondern das ist schon sehr ich sag mal tiefer gehend von daher bedanke ich mich dass ihr zugeschaut habt ich hoffe ihr schaut demnächst auch wieder rein wenn es heißen 30 minuten mit oder wo ich euch spiele vorstelle aus meiner großen spiele bibliothek von a bis z und hoffe ihr lasst ein abo da lasst einen daumen nach oben da folgt mir auf twitch like die scheiße raus kostet ja nix und ihr würdet damit der spiele bibliothek einen großen gefallen tun und sie damit sehr unterstützen falls ihr bock habt sie anderweitig unterstützt zu unterstützen könnt es gerne unten in der video beschreibung lesen ansonsten sage ich wir sehen uns beim nächsten mal und bis dann bei bei ach ja bleibt gesund dann Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018